Herzlich Willkommen bei Ballast Capital. Wir sprechen heute über Hass im Netz und ich freue mich sehr, dass wir den Juristen Boris Kandorf bei uns zu Gast haben. Servus Boris. Ja hallo, vielen Dank für die Einladung. Freut mich hier zu sein. Boris, viele Menschen, die auf Social Media aktiv sind, wissen, dass es auch oft negative Kommentare geben kann. Mir persönlich macht sowas nichts aus, aber es gibt viele Menschen, die damit ein Problem haben. Warum haben die damit ein Problem? Naja, es gibt nicht nur Menschen, die damit ein Problem haben, es gibt auch Menschen, die das auch psychisch dann belasteten und im Worst Case nehmen sie sich dann teilweise sogar das Leben, wie wir aus einem bekannten Fall wissen in Österreich, von der Ärztin, die damals von Corona-Leugnern bzw. Corona-Kritikern dermaßen online attackiert wurde, dass sie sich dann am Ende das Leben genommen hat und das nur wegen diesen Online-Trollen, wie man sie so nennt. Also genau deshalb ist es eine Problematik, die man nicht unterschätzen darf. Gut, das ist das Worst Case Beispiel, was du jetzt erzählt hast. Es gibt aber auch die einfachen sozusagen Kommentare unter einem Post, wo jemand sagt, du Angeber oder warum postest du das etc. Einfach so etwas leicht Negatives und das belastet die Menschen aber auch schon. Genau. Ist es etwas typisch Menschliches, dass du nicht willst, dass dir jemand etwas Negatives sagt? Es ist wahrscheinlich eine soziologische Frage, aber ich werde die mal versuchen zu beantworten. Ich denke schon, dass das etwas typisch Menschliches ist. Das Problem ist nur, dass man online weniger Hürden hat, als wenn man vor Ort jemanden direkt ins Gesicht beleidigt. Also ich hätte wahrscheinlich jetzt eine große Schwierigkeit, dich hier zu beleidigen, habe ich aber auch gar nicht vor. Aber online würde ich mich wahrscheinlich hinter einem Pseudonym oder einem Decknamen sicher fühlen. Und da sind dann die Hürden ein bisschen weiter unten und die Leute trauen sich dann mehr ein bisschen, die anderen zu beleidigen. Wenn man sich das aber nüchtern ansieht, kann man negative Kommentare durchaus positiv nutzen. Ein Social Media Experte aus Amerika hat mir mal erklärt, lass ruhig die negativen Kommentare zu und versuch, dass deine Fans mit den negativen Kommentatoren dann eine Diskussion beginnen. Was sagst du dazu? Finde ich ein gutes Stichwort. Ich habe ja auch einen YouTube-Kanal und dort wurde ich glücklicherweise immer mehr gewinnt er an Followern und so weiter. Also es geht um Recht dort, Jusprofi kann sich jeder mal anschauen. Dort habe ich einmal vor kurzem ein Video gepostet über die ORF-Gebühr und das hat sehr viele Abrufe bekommen. Und viele tolle Kommentare, also weit überwiegend über 95% freundliche Kommentare. Aber dann gab es die einen, die paar Kommentare, die mich dann schon ein bisschen geärgert haben. Das ist zum Beispiel, ja toll, da berichtet einer über den ORF und das ist selber ein Migrant und so weiter oder der ist selber Ausländer und der will uns da jetzt belehren oder solche Sachen. Das hat mich dann schon ein bisschen getroffen, weil ich mir dachte, erstens einmal stimmt das nicht und zweitens hat das was in mir gemacht. Dann habe ich mir kurz überlegt, soll ich das jetzt löschen oder soll ich es, wie du richtig gesagt hast, drauflassen und schauen, was damit passiert. Das kann man machen, wenn man eine dicke Haut hat, aber ich war auch geneigt, es zu löschen, aber ich habe es nicht gemacht. Und ich glaube, es gehört auch dazu, dass wenn man zum Beispiel ein Content Creator ist, dass man damit leben muss. Das andere ist aber Hass im Netz, der sich gegen bestimmte Personen, die sich nicht wehren können zum Beispiel, richtet oder bestimmte Personengruppen per se. Wenn ich jetzt sage, jetzt zum Beispiel auch im Kontext mit dem Israel-Gaza-Konflikt, dass man dann bestimmte Personengruppen pauschal beschuldigt, Genozid zu betreiben oder dass da irgendwie andere Sachen gesagt werden, die vielleicht so nicht stimmen, die sogar Terrorismusverherrlichend sind. Da kommen wir dann schon in die rechtliche Sphäre und das ist grundsätzlich, gibt es da diverse rechtliche Mechanismen mittlerweile, um das eben zu bekämpfen. Was ist denn Stärkung, wenn sich jemand sozusagen im Hass im Netz direkt auf eine Person bezieht, also auf dich oder auf mich oder auf so Gruppierungen? Weil ich glaube, vom Effekt her ist die Gruppierung ja nicht so schlimm für den Einzelnen, oder? Oder habe ich da eine falsche Wahrnehmung? Das ist durchaus unterschiedlich. Ich würde das vielleicht auch in verschiedenen rechtlichen Kategorien auch zuordnen. Wenn ich zum Beispiel nämlich sage, ich beleidige jetzt dich persönlich, ich sage, du bist jemand, der zum Beispiel deine Schulden nie zurückzahlt, dann ist das schon etwas, was nicht nur sozusagen Hass im Netz betrifft. Das wäre vielleicht für meine Reputation. Es ist eben, beziehungsweise Hass im Netz im weiteren Sinne, da könnte man eben auch drunter subsumieren, dass das eine Rufschädigung ist nach dem klassischen ABGB vielleicht, eine Kreditschädigung oder auch strafrechtlich relevant sein könnte eben. Jetzt hast du schon erwähnt, dass im echten Leben, wenn man sich gegenüber sitzt oder gegenübersteht, es ist schwieriger, sich zu beleidigen. Passiert ja auch Gott sei Dank nicht so oft, schon gar nicht in Österreich. In der digitalen Welt hat man kaum Hemmungen, da tippt das einfach ein und schickt das ab und fertig. Jetzt gibt es aber diesen Digital Service Act, der genau sozusagen, glaube ich, die echte juristische Welt ins Internet spiegelt, oder? Also was du im echten Leben sozusagen dir gegenüber nicht machen solltest, jemanden beleidigen darfst du dann auch im Internet nicht machen. Genau, also ich glaube, die Gesetzgeber in der EU haben das so in etwa formuliert, was offline illegal ist, soll auch online illegal sein. Und tatsächlich ist das auch so, also der DSE sagt halt eben, dass Plattformbetreiber zum Beispiel, wenn sie eben merken, dass illegale Inhalte auf ihren Plattformen vorhanden sind, dass die dann eben, wenn sie die Kenntnis darüber erlangen, also wenn sie das Wissen dann haben, das dann unmittelbar runternehmen müssen. Also die müssen das löschen? Die müssen das grundsätzlich löschen. Also es gibt verschiedene Prinzipien, wie man eben mit solchen illegalen Inhalten umgehen kann. Es gibt zum Beispiel den Approach, dass man sagt, stay down. Also das muss vorher geprüft werden und wenn es illegal ist, kommt es erst gar nicht drauf. Das heißt mal so eine Art Vorabfilterung. Die anderen sagen, nein, wir machen eher Notice and Takedown. Also wir lassen alles rauf auf die Plattform und wenn dann irgendwer was sagt, dass das illegal ist, dann nehmen wir es runter. Wie schaut es mit den ganzen Scammers aus? Da gibt es ja diese ganzen Bots, die sich da einschleichen und die Leute versuchen mit Fake-Profilen etc. zu überreden, Geld einzuzahlen in den geschwindlichen Kryptoprojekten etc. Auch das wird durch den DSE versucht getacklet zu sein. Der DSE verpflichtet nämlich Plattformen, aber auch sehr große Online-Plattformen. Das ist nämlich eine eigene Kategorie von Plattformen. Das sind Plattformen, die zum Beispiel, also nicht zum Beispiel, sondern tatsächlich durchschnittlich im Monat aktive Nutzer von 45 Millionen in Europa haben. Das sind die kategorisierten sehr großen Online-Plattformen und die haben dann extra Pflichten, die sie treffen. Und dazu gehört dann eine Risikomanagementpflicht, Risikominderungspflicht. Das ist auch der Grund, warum etwa der Thierry Breton, das ist der Kommissar für den digitalen Binnenmarkt in der EU, jetzt vor kurzem offene Briefe an die Chefs von den großen Plattformen geschrieben hat. Er hat sehr bekannt, auch Elon Musk und da hat dann Elon Musk gesagt, was will er überhaupt von mir? Er hat sich gar nicht ausgekannt in Wahrheit, was er wollte, aber das war, glaube ich, auch nur ein Gag. Aber das ist genau das, was jetzt die Plattformen trifft, nämlich mehr Verantwortung durch den DSE. Wenn sich jetzt jemand persönlich angegriffen fühlt, das ist ein Profil zum Beispiel, Facebook oder Instagram und da gibt es jemanden, der schnell nicht hatet. Die Jungen verwenden dieses Wort ja so relativ salopp, du hatest mich und dem geht es dann nicht gut damit und der beginnt sich dann zu ärgern. Das wird immer mehr. Was kann so eine Person grundsätzlich dann tun? Wohin kann sie sich wenden? Wir haben durch, sehr prominent, glaube ich, durch Ministerin Zadic das Hass im Netzbekämpfungsgesetz-Paket vor einigen Jahren in Österreich bekommen. Man muss dazu sagen, ein großer Teil dieses Pakets war das Kommunikationsplattformengesetz, das jetzt aber wieder abgeschafft wird, weil es eben contradicted mit dem DSE teilweise. Das heißt, im Zuge dieses Gesetzespakets wurden einige Maßnahmen mitgeliefert, die es dem Einzelnen vereinfachen, gegen Hass im Netz vorzugehen. Das ist zum Beispiel eben eine Vereinfachung im Mahnverfahren. Also man kann jetzt viel einfacher ein Mahnverfahren einleiten. Du kannst den verwarnen, der dich hatet sozusagen, oder? Man kann zum Beispiel an die Plattform herantreten, beziehungsweise wenn man nicht weiß, wer das ist, dann kann man an die Plattform vorher einen Brief schicken. Das dokumentieren, oder? Beziehungsweise nicht einen Brief, sondern eine Art, da müsste ich jetzt genau nachschauen, wie das funktioniert. Habe ich schon länger nicht gemacht, aber tatsächlich kann man vereinfacht, also es ist einfacher als vorher. Es kostet auch weniger, beziehungsweise ist das nur eine kleine Pauschalgebühr von nicht einmal 20 Euro, die man da entrichten muss für dieses Mahnverfahren. Und dann hat man die Informationen über diesen Täter und dann sagt man dann eben, was der konkret gemacht hat. Und dann müsste man dann eben schauen, was hat denn der gemacht? Hat er mich beleidigt? Hat er mich verleumdet? Was ist da konkret passiert? Und die Plattform muss kooperieren, oder kann das sein, dass die gar nicht antwortet auf sowas? Die Plattform muss gesetzlich kooperieren. Also die müssen dann Angaben machen, wohin man sich wenden kann und der Private schreibt dann seinen Brief dorthin mit der Dokumentation und die müssen eine Antwort geben. Genau. Der Private muss sich einen Juristen dann holen in diesem Fall oder kann er das auch als private Einzelperson durchkämpfen? Ich glaube tatsächlich, dass man keinen Juristen braucht, aber da müsste ich nochmal genauer nachschauen. Aber soweit ich weiß nicht. Du bildest ja auch auf deiner eigenen Online-Plattform Juristen aus, auf diesem Gebiet, oder? Nein, tatsächlich nicht. Auf meiner Plattform mache ich momentan primär Content. Das heißt, ich mache einen Podcast primär. Ich mache ein Legal Lexikon. Das heißt, ich versuche möglichst viele juristische Begriffe zu erklären, sodass das jeder versteht. Und vor allem einen YouTube-Kanal. Das ist mein Herzensprojekt. Da versuche ich eben möglichst viel juristischen Content so zu vermitteln, dass ihn auch wirklich jeder versteht. War aber das Thema Hass im Netz und so weiter schon einmal präsent? Hass im Netz weniger als Plattformregulierung. Das ist eher das Thema, mit dem ich mich auch beruflich beschäftige. Was können Unternehmen tun, wenn dann flächendeckend gehatet wird gegen ein Unternehmen? Haben die dieselben Rechte, dieselben Ansprüche oder sind das andere Mechanismen? Bei einem Unternehmen müsste man dann schauen, wie gesagt, was ist dieser Hate. Weil Hate, Hass im Netz, ist ja per se nicht definiert. Da gibt es verschiedene Definitionen. Da gibt es teilweise von der UN eine Definition. Von der EU gibt es vielleicht ein paar richtlinienmäßige Definitionen, aber keine konkrete Legaldefinition, dass das Gesetz vorgibt. Das ist konkret unter Hass im Netz zu verstehen. Soweit ich weiß, gibt es da eben noch nichts. Und da müsste man dann eben differenzieren. Was ist denn da? Was macht man gegen ein Unternehmen? Gibt es Leute, die die ganze Zeit sagen, dieses Unternehmen liefert nicht das, was es verspricht? Oder sind wir wieder bei der Rufschädigung unter Umständen, bei der Kreditschädigung eines Unternehmens unter Umständen? Da können wir dann vielleicht zivilrechtlich mit einer Unterlassungsklage vorgehen und solche Themen. Also es kommt halt darauf an, was wird da gemacht? Ist es vielleicht strafrechtlich relevant? Ist es gegen eine Person im Unternehmen gerichtet oder gegen das Unternehmen als solches? Das ganze Thema ist grundsätzlich schon ein bisschen ein zweischnelliges Schwert, weil auf Social Media werden ja die Mitglieder aufgefordert, sehr viel Preis zu geben von sich. Dann funktioniert es besonders gut. Die Kehrseite der Medaille ist, dass das vielen anderen Leuten einfach nicht gefällt. Also das hätte ich auch gerne, diesen Lebensstil oder diesen Partner hätte ich gerne oder diesen Urlaub hätte ich gerne. Das heißt, müsste nicht jemand, der sich sozusagen bereit erklärt, viel Preis zu geben, eigentlich sozusagen dazu bekennen, dass es auch Hater geben wird? Das ist eine sehr gute Frage, die mich eigentlich auf eine andere Thematik auch hin quasi weist, nämlich die Abwägungsfrage zwischen Meinungsäußerungsfreiheit, weil wenn ich das alles präsentiere, präsentiere ich ja auch ein bisschen meine Meinung, meinen Lebensstil, meine Lebensansicht, mein Blick auf das Leben. Und das ist ja auch eine gewisse Art von Meinungsäußerung. Das heißt, wir haben auf der einen Seite Hate Speech und auf der anderen Seite Meinungsäußerungsfreiheit. Und das ist dann, da muss man dann auch schon mal abwägen. Das haben wir beispielsweise auch in der Judikatur bei den Politikern, die müssen sich tatsächlich mehr gefallen lassen als Personen des öffentlichen Lebens, als ein Privater, den niemand kennt. Also zum Beispiel muss sich ein Bekannter mehr über sich ergehen lassen, medial, als ein unbekannter Mensch. Haben Politiker schon von jeher eine dickere Haut oder werden die auch trainiert und gecoacht? Das glaube ich auf jeden Fall. Also ich glaube, die einen mehr, die anderen weniger. Aber es kann nicht schaden, glaube ich, als Politiker eine dicke Haut zu haben und auch gecoacht zu werden. Also ein Donald Trump zum Beispiel, der von gefüllter Hälfte Amerikas gehasst wird, der braucht eine sehr dicke Haut. Und ich glaube, er ist ja auch einer der Gründe, warum so viel Hass im Netz kursiert. Und diese Fehlinformationen, die ja auch ein großes Thema sind, da hat er sehr viel dazu beigetragen. Tatsächlich gibt es im DSE in den Erwägungsgründen, also das ist das, was vor dem Gesetz, vor den Artikeln unmittelbar steht, sozusagen wie ein Vorwort steht, dass eben die Manipulation von Wahl ein entsprechender Punkt war in der Entstehung dieses Gesetzes, also als Hintergrund. Dass man das eben auch vermeiden möchte, wenn man online durch Bots oder Trolls oder durch irgendwelche Meinungsmache, das möchte man eben auch mit diesem Gesetz verhindern. Und da war ja der Trump bekanntlich der Auslöser für diese Debatte überhaupt 2016, glaube ich, auch mit Russland, mit der Involvierung. Du hast schon erwähnt, dass es Plattformen gibt, die also schon vorab den Content prüfen, bevor sie ihn freischalten. Ist das nicht wieder auch negativ für die gesamte gesellschaftliche freie Meinungsäußerung und für die Entwicklung, dass nicht jeder auch seinen negativen Kommentar zuerst mal reinstellt und dass da eine künstliche Intelligenz von einer Plattform einmal zuerst drüber schaut? Das ist eigentlich auch ein bisschen diskriminierend, oder? Absolut. Und grundsätzlich gilt ja auch in Europa, in unserer Rechtsordnung, in den europäischen Rechtsordnungen grundsätzlich, es etabliert durch der Vorläufer des DSAs übrigens die E-Commerce-Richtlinie und dort galt schon der Grundsatz Notice and Takedown. Notice and Takedown und nicht Vorher Stay Down. Das heißt, wir haben ein Prinzip, nach dem wir sehr wohl Sachen posten können und das entspricht auch der Meinungsäußerungsfreiheit, weil wenn das nicht so wäre, dann wäre das durchaus ein unverhältnismäßiger Eingriff in die Meinungsäußerungsfreiheit vielleicht. Wie sieht es dann aus, du hast schon angesprochen, Twitter jetzt X, da sind ja sehr viele Konten einfach gelöscht worden oder blockiert worden. Was sagst du dazu? Ist das sinnvoll? Das ist eine sehr spannende Debatte, weil genau der Elon Musk ist ja, sein Haupt-Credo ist ja, Meinungsäußerungsfreiheit ist die wichtigste und alles andere kommt später und das möchte ich hier vertreten auf X. Das hat aber auch gleichzeitig dazu geführt, dass man auf X sehr viel unscharmanten Content sieht. Teilweise sieht man sehr viel mehr rechten Content und das ist dann eben die Frage, warum ist das so? Warum ist die rechte Szene da stärker vertreten als die andere Seite? Und das ist mir noch nicht ganz klar, warum das so ist. Wahrscheinlich, weil die mehr Posten, lauter sind, ich weiß es nicht. Man sieht auch viel mehr Terror, also Videos von Terroristen, von Enthauptungen teilweise sogar, auf Twitter, auf X. All das ist jetzt schon ein bisschen problematisch. Deshalb gab es auch diesen Brief von Thierry Breton, der dann eben hingewiesen hat, lieber Elon Musk, wie willst du jetzt dich an das Risikomanagement halten, das wir dir durch den DSE vorgeben? Und das muss er jetzt beantworten. Wenn jetzt eine Person sagt, ich kann das nicht mehr alleine managen, der Hate ist so groß, ich brauche einen Juristen. An wen kann man sich zum Beispiel in Österreich oder in Wien melden oder wenden? Ja, da gibt es durchaus Rechtsanwälte, Medienrechtskanzleien, die sich damit beschäftigen. Zum Beispiel gab es ja auch einen sehr berühmten Fall, Ewa Glavischnik gegen Facebook. Das hat auch eine Rechtsanwältin, eine bekannte Rechtsanwältin vertreten, auch erfolgreich. Das war ein bahnbrechendes Urteil im Plattformrecht. Also da gibt es durchaus... Also für Google sich einen guten Juristen suchen, der gute Erfahrungen hat. Genau, würde ich empfehlen. Was würdest du generell jedem Nutzer von Social Media empfehlen? Gibt es so eine Art Verhaltenskodex, was man machen sollte? Grundsätzlich würde ich mich so verhalten, also ich persönlich kann nur für mich sprechen, aber ich würde mich so verhalten, wie ich auch im wahren Leben mich verhalten würde. Also ich würde jetzt, auch wenn ich mich sicher fühle, weil der andere, der auf der anderen Seite der Welt jetzt ist und sicher nicht daherkommt, um mich zu verprügeln oder so, aber ich würde einfach Benehmen an den Tag legen. Respekt. Respekt, Benehmen, genau. Weil am Ende des Tages dürfen wir unsere Menschlichkeit nicht verlieren und ich glaube, diese Probleme, die wir alle haben mit Online-Plattformen, die würden wir wahrscheinlich viel, viel weniger haben, wenn jeder an sich arbeiten würde, an dem Miteinander, an der zwischenmenschlichen Interaktion und dem zwischenmenschlichen Benehmen. Das würde auf jeden Fall helfen, würde ich sagen. Und noch ein Punkt zu deinem letzten Thema mit den Algorithmen nämlich. Das ist nämlich auch ein sehr spannender Punkt, weil Online-Plattformen müssen ja grundsätzlich den Content moderieren. Das Thema ist, dass viele Online-Plattformen mittlerweile eben zu Algorithmen greifen und die trainieren dann gewisse künstliche Intelligenzen, die dann herausfiltern, eben wenn jemand irgendein Schimpfwort sagt, dann wird das schon mal auf die Seite genommen und genauer untersucht, ob das nicht eventuell eben Head-Speech ist oder nicht. Da war dann eben wieder die Debatte, ob dieses Vorab-Filtern eben unverhältnismäßig ist. Tatsächlich, bei Copyright-Themen wird das aber eben durchaus schon vorgegeben. Du hast dann wirklich ein sehr, sehr breites Wissen. Gratuliere dazu. Du bist auch ein Herzblut-Jurist. Mich würde jetzt interessieren, am Ende unseres Gesprächs, wie so ein professioneller Jurist sein Geld anlegt. Gute Frage. Ich würde sagen, am gescheitesten natürlich Immobilien, ist safe, ist sicher. Hast du Immobilien? Ja, tatsächlich habe ich eine. Also Wohnungen oder Geschäftslokale zu vermieten? Noch nicht. Oder Wohnungen, wo du drinnen selbst drin wohnst? Ich habe ein, genau, nicht wirklich selbst, also ein kleines Investment habe ich gemacht. Aber das große Immobilienportfolio habe ich noch nicht, arbeite noch daran. Wie schaut es mit Aktien aus? Aktien habe ich auch ein bisschen was. Hast du einen heißen Aktien-Tipp? Puh, schwierig. Ich habe mir generell jetzt nämlich tatsächlich überlegt, dieses Stockpicking einzustellen und nur mehr in ein ETF zu investieren. NASDAQ 100, S&P 500, sowas. Ja, MCI World oder solche Sachen. Also breit gestreut. Genau, weil am Ende, you cannot outperform the markets, denke ich mir. Dann machst du so eine LSE-E-Methode, das heißt, jedes Monat ein bisschen was ansparen. An bisschen was ansparen, das habe ich mir jetzt vorgenommen, genau. Sonst. Krypto? Krypto habe ich tatsächlich seit 2000, wann war das erste Peak vom Bitcoin? 2017. Im Peak habe ich mich damals mitreißen lassen, habe ein bisschen was gekauft, habe dann danach mehr als die Hälfte verloren, habe das aber so liegen lassen und das liegt bis dato so. Jetzt ist es wieder schön oben, oder? Ja, genau, es liegt bis dato so rum. Aber ich finde durchaus, ich habe damals im Steuerrecht nämlich gelernt, es gibt ja sieben Einkunftsarten. Und die meisten Menschen sind ja irgendwie nur auf diese nicht selbstständigen Einkunftsarten beschränkt. Und da muss man mal ins Steuerrecht schauen. Da gibt es viele interessante Sachen von Lizenzen, mit denen man Geld verdienen kann, eben mit Aktien, Immobilien, Vermietung, Verpachtung etc. Das habe ich mir auch vorgenommen, mich da ein bisschen mehr zu beschäftigen. Weil allein von der Pension im Alter wird man nicht leben können, nehme ich einmal an. Es wird alles teurer, das musste man jetzt auch feststellen. Ja, und verschiedene, vielleicht auch mehrere Income Streams aufbauen. Also ich verdiene jetzt kein Geld mit meinem YouTube-Kanal, aber durchaus kann ich mir vorstellen, dass das, wenn das eben sich weiterentwickelt und mehr Follower generiert, dann auch... Können Einnahmen kommen. Können Einnahmen kommen durchaus. Man muss halt sich verschieden aufstellen, breit streuen und dann, glaube ich, wird das schon gut gehen. Ist halt harte Arbeit, aber da kommt man nicht dran vorbei, glaube ich. Super, Boris. Vielen Dank für dieses spannende Gespräch. Ich wünsche dir weiterhin alles Gute und freue mich jetzt schon auf ein Wiedersehen. Ich mich auch. Danke sehr. Danke für die Einladung. Liebe Zuseher, danke für Ihr Interesse. Bleiben Sie gesund und investieren Sie smart. Grüße. Listen. Junsch. So. Grüße. Ich te lire hier. Vielen Dank.